Liebe Kickers Fans, hier bei mir zum Interview sind heute Josip Landeka, Laci Badian, Mio Tunic und Sebastian Manström. Wir sind hier heute in Großaspach. Josip, das ist ja irgendwie deine Schuld, dass wir heute hier ein Trainingsspiel haben. Das ist wohl so quasi dein Ablösespiel vom letzten Winter. Ich würde jetzt nicht sagen Ablösespiel. Ich habe schon gesehen, dass sich manche nicht freuen, dass wir das Testspiel heute haben. Aber es war so gedacht, dass ich, als ich im Winter kam, war es so gedacht, dass das Spiel stattfindet, dass die Kickers ein bisschen wirtschaftlich unterstützt werden, damit der Transfer zustande kommt. Und darum spielen wir wahrscheinlich heute hier. Ja, sehr schön. Wie war das letzte halbe Jahr bei den Kickers? Und sag mal, was zeichnet für dich es aus, bei den Blauen zu sein? Ich war ja vor Jahren schon mal bei den Blauen. Da habe ich meine jetzige Ehefrau kennengelernt. Und ich wohne auch schon seit drei, vier Jahren in Möhring. Das heißt, ich bin jedes Mal hierher gefahren und habe auch öfter Spiele gesehen. Das Besondere ist einfach die Tradition und die Zuschauer, die Fans. Ja, wir kommen zu dir, Laci. Du lernst ja seit einiger Zeit etwas Deutsch, gemeinsam mit Mitspielern. Deswegen machen wir gleich die erste Frage. Erzähl mal auf deutscher Sprache die freudige Nachricht selber. Ja, ich habe meinen Vertrag verlangert und ich bleibe bei den Stuttgart Kickers. Ja, freut uns, dass du im Blauen bleibst. Gleich mal die nächste Frage. Du bist jetzt auch seit Januar bei den Kickers. Du warst gleich Publikumsliebling. Wie findest du das? Ja, ich bin froh und ich liebe den Kickers. Sehr schön. Sebastian belegt zwar auch den Deutschkurs, klappt aber noch nicht ganz so gut. Daher fragen wir auf Englisch. Du hast entschieden, dass du hier in Stuttgart stayst. Wie kam es? Ja, das Klub hat mich gefragt, dass ich in ihre Richtung komme. Die finanzielle Situation. Für mich war es ein paar Tage, ob ich bleiben kann oder nicht. Aber im Endeffekt bin ich sehr glücklich, dass ich hier bleiben. Von der ersten Tag sind wir sehr glücklich mit meiner Familie hier. Ich möchte auch für die Fans spielen spielen. Für mich war es eine Entscheidung, die ich in ein paar Tagen gemacht habe. Aber ich bin froh, dass ich hier hier bin. Ja, großartig. Was ist dein Ziel für diese Saison? Ich denke, es ist das gleiche. Wie jedes Jahr für den Klub. Ich versuche, dass ich das Team so viel wie möglich und das Klub. Danke. Mio, du und einige Spieler, auch Sebastian Mannström, sind im Verein nach der schlechten Saison finanziell etwas entgegengekommen. Ist dir schwer gefallen? Nee, eigentlich nicht. Am Ende der Saison wurde ich auch gefragt, ob ich bereit wäre, finanziell ein Stück zurückzutreten. Ich musste da eigentlich keine Sekunde nachdenken. Nach ein paar Gesprächen war das dann auch erledigt. Schön, dass du weiterhin da bist. Du hast leider letzte Saison nur 23 Spiele und sieben Tore machen können. Was hast du dir für diese Saison vorgenommen? Ja, auf jeden Fall verletzungsfrei bleiben und mehr und mehr Spiele für die Kickers machen. Und dazu beitragen, dass wir dieses Jahr mehr Erfolg haben. Jetzt seit einer Woche trainiert ihr wieder für die neue Runde. Was sagst du so zu den neuen Mitspielern, auch gerade Robin Garnier, Maurice Hirsch und Edwin Schwarz, die von extern kamen? Ja, ich denke, dass sie sich schon gut eingespielt haben. Wir haben die gut aufgenommen, familiär aufgenommen. Ich denke, dass die da auch zufrieden sind. Und jetzt brauchen wir halt einfach noch die vier Wochen Vorbereitung, bis es auf dem Platz noch alles perfekt passt. Aber ich denke, da wird der Trainer eine gute Arbeit machen. Ja, vielen Dank. Ich wünsche uns allen und allen Blauen und euch natürlich eine sehr gute Saison.